Hast du neue Waffen? Nein. Du bist ein nerviges Viech, ne? Du bist ein Hirsch. Ein Herr mit einer roten Jacke. Die Kleine hinter uns ist so süß. Mit ihrem Naruto ran, Alter. Und ihrer Unterwäsche. Jawohl, wir haben eine Frau... Ach, süß. Ähm, ja, wir haben eine Frau, die eine Unterwäsche hinter uns herjagt. Ähm, hey, uh, are you the guy who's supposed to help repair the canal? Oh, oh, God, it's over. My life is over. Surely you must realize nothing good can come of being involved with... Easy, Weiss. Hey, it's my wife. She left home a week ago and hasn't come... I'm so worried, I can't even focus on my work. Oh, my sweet dumpling, where are you? Oh, that's terrible. Really? Sure. Hmm. Well, she always... Alright, and thank you. This means the world... I met some odd... Ha, the class, these... But now, my sweet dumpling... Okay, okay. Äh, sorry, wenn ich übrigens so schnell wegdrücke. Ich, äh, lese schneller als ich denke. Ich, äh, lese schneller als ich denke. So, come to think of it, she always got on well with the woman over at the Tackle Shop. And if I'll do... Hey, what's the rush? You've got it. Äh, sorry, ma'am, but I'm not... Ha, die Leute uns hier gefügig machen, du, ey. Das ist ja echt, äh... Hey there. Oh, Red's back? Last time she came around, she mentioned something about leaving town. But I figured it was leaving town, huh? If she has truly left this charming Hamlet, finding her may prove most difficult to lead. I just hope she hasn't been attacked by shades or anything. Doch, wahrscheinlich. Erstmal bericht das Buch. Hey, so, ich dachte... Really? Shark? Still, sharkfin fried rice sounds amazing. You can sharkfin's? Man, wonderful. In that case five sharks, five bags of rice and five... Du kannst mich am Arsch lecken. Wo soll ich Haie herkriegen? Ah, okay. Lass mich raten, die Frau ist zu diesem Haus gelaufen. Oder gegangen. Oder die wohnt da eigentlich. Ja. 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 Hmm... Something about that shade seems... xD Ja, ich glaube nicht, dass er die Brücke fertig, also den Kanal fertig machen wird, ne? Oh. Oh. Das ist geil. Das ist wirklich geil. Tja, du, dein Frauchen ist, äh, död, würde ich sagen. Oh. Hey, did you find my... We didn't, but... We got... Oh, no. So our fears were correct. Oh, God. If I may, Michael, it's because... I think we should give him some... Honey, I'm Hall. Good heavens, you were wet. It's Dumpling. What in the world are you... Oh, oh, you found my bag. Oh, this is okay, seriously. Ernsthaft. Fünf Minuten später. So. I see. So, you found a shade with my bag and a soup. Rückzug. Nee, ich... Ich find das irgendwie niedlich. You, kid, I'm right about this, yeah? If anyone's wrong here, it's my wife, right? Wait, you're asking... Hier hat niemand Unrecht. Oh. Well, you shouldn't have beaten your wife's apple. That's not very nice. But I was hungry. Look, I'm glad you went looking for my wife and all, but that was low, friend. Uh-oh. Did I cross a... Besides, it's pretty rich to come after me for an apple when you threw away my entire stamp. Ha! You're damn right I did. And I'd do it again. You are nothing but a hoarding slob. Faschlappen. You there. My husband is... Uh-oh. Pardon? Oh, enough. The both of you are at fault. Now apologize to one another and end this ridiculous display. Good talk for a floating magazine. I see you finally agree on something. Ach, du Scheiße. Leon, Eheberatung. Do you not even understand how frustrating this is, you colossal oak? Fine, hate me. I'll still spice. What do I do? You turn on your heel and walk away. That's it. Instead of belittling me, why don't you get a proper... Actually... Wait. What? You're kidding. Why did you tell me? Well, I sort of wanted it to be. Oh, you big silly billy. Was? Was? Leon! Was ist gerade passiert? Die wollten sich gerade umbringen. Und er redet von Arbeit und die sind wieder... Back to the canal. We need to ask... I can't thank you enough for all your... Sure, but little light. Well, now that my love life is rolling in Clover again. Na, endlich. Bon Appetit. Hi, Reis und... Du kannst mich mal sowas von am Arsch lecken. Wenn der des Anführer Dorfes... Wolle, Kautschuk, Ziegenhaut. Hä, das wollte ich nicht. Ein Adler, ey. Saddam. Warte, was? Ich brauch Dünger. Ich brauch Dünger? Ich brauch Dünger? Extra Dünger! Den konnte man... Ja. Meine Güte. Oh, ich kann jetzt auf diesem Schweinchen reiten. Das ist geil. Also das ist wirklich geil. Und los geht's. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Nichts Waffe. Gut. Ich hab... 4.900. Bitteschön, Madame. Du wirst mich wohl verarschen. Ich kann mein Feld erweitern? Ja, natürlich kann ich nicht mehr tragen, aber... Ja, natürlich kann ich nicht mehr tragen, aber... Ich mach das jetzt einfach mal, ne? Also... Also... Ah... Das macht also der... Blüte Dünger. Wasser drauf kippen. So macht man das doch, oder? Also ich mach das jetzt so auch im echten Leben. Ich hab nur noch diesen Blüte Dünger. Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, dann fangen die sofort an zu blühen. Oh, das sieht schön aus danach. Das wär natürlich auch schön. Also wenn's danach einfach nur schön aussehen würde. Flaschenkürbissahn. Ne, machen wir das hier mal, ne? Ja, und wässern. Ja, kippt das Wasser da drüber. So, einen Dünger haben wir noch. Das macht irgendwie... Also, das ist eigentlich echt cool. Ja, hier... Alter. Von jedem eins. Jetzt hab ich nur eins, jetzt hab ich zwei und wahrscheinlich... Oh! Gut, ich hab drei. Das ist auch schön. Aber da hatte ich recht, dass es hier tatsächlich wirklich, äh... Na? Das ist irgendwie echt cool. Das macht überhaupt keinen Sinn, aber es ist cool. Also. Wär gut aus, dass wir halt unserer... Kleinen hier irgendwas zu... Dingsen können. Ich würde aber jetzt wirklich, äh... Speichern. Und... Dem Spiel, zumindest heute... Aber warte, wir machen... Wir machen noch das mit Devola. Einen Moment. Äh, Popola. Ich kann die schon nicht mehr auseinanderhalten, ey. Schon jetzt. Gut. Gut. Der Bruce, der Bruce Bruder kommt, ja, der Bruce kommt, ja. Der große Bruder kommt, meine Kleine. Let's go! Schnell, 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 schnell. Scheiß drauf, alles weg, ich muss. Okay, das ist aber so niedlich, ne? Was brauchst du? Ich hoffe, du sagst, du brauchst etwas? Ja, ein Favorit, eigentlich. Was ist das? Ich kann mir nicht helfen, wenn du mir nicht helfen kannst. Okay, ich werde sagen. Bereit? Ich bin bereit, Yona. Ich brauche, dich zu helfen, meine Freunde. Dein Freund? Ja, ich habe einen Freund. Ich bin bereit, die uns gegenseitig sind. Oh, wirklich? Ohhhh! Ohhhh! So, who is this friend? Wie cute! Ähm, well... He? It's a guy? Yes. And his dick, and in a whole lot of couples. And I know, that you and Vi-C are the only ones who can help him. Vi-C? Oh, wie sie... Tell me about this guy. das ist das kriegen wir schon hin können wir ja alles in einem machen das möchte ich noch machen ich habe nichts gesagt speichern das ist ein event das muss gespeichern ich speichere glaube ich so oft in diesem spiel ich habe keine ahnung warum aber lass mich raten ja ich habe angst ich habe angst ich habe angst dass es in diesem haus ist wo halt diese fetten spinnen sind und dann ist es kein boyfriend dann ist es ein und dann das habe ich nicht bemerkt das habe ich nicht bemerkt okay das war gerade echt kritisch ja scheiße alter hu hu ich hasse diese Came materia ich hasse diese Felda Das ist ein Haus, das ist ein Haus. haben wir es dann grüß mal bitte timo hallo timo grüße von leon oje 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 es sieht düster aus es sieht sehr düster aus wie geht es denn leon wie gefällt dir eigentlich das spiel bitte ignoriere dass ich hier manchmal so durchrasche ich bin keiner der ewig warten kann du schaust seit zwei minuten zu stehst aber schon seit einer stunde gefühlt in meiner zuschauerliste das ist irgendwie sehr skurril wir haben gerade gezeigt und ein stream auf stumm laufen lassen ja danke ich mag das hier überhaupt nicht ja ein jörner ja das auf jeden fall natürlich muss ich jetzt in diesem gruselhaus rumlaufen ich hasse sowas ich hasse sowas abgrundtief warum mache ich sowas warum mache ich sowas bin ich gleich Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020